Was ist die Herrschaft weniger innerhalb einer Partei? Und das ist natürlich das Problem jeder großen Organisation, gerade auch von Mitgliederorganisationen. Das erlebt man übrigens auch in Vereinen. Es ist nicht nur so, dass es bei Parteien der Fall war. Aber das ist natürlich bei der SPD immer schon gewesen, also eine Funktionärspartei. Und bei der CDU, um jetzt dazu zu kommen, ist es natürlich eine ähnliche Entwicklung. Und es ist natürlich immer so, dass ganz wenige, das ist auch bei Kreisparteien so, ist auch bei Ortsparteien so, ganz wenige dann die Politik bestimmen. Und wenn Sie vorhin gesagt haben oder Sie, glaube ich, gesagt haben, Herr Butterwege, es müssten möglichst viele in die Parteien gehen, damit sie in der Gesellschaft verankert sind, haben hier auch viele geklatscht. Wenn schon heute Abend diejenigen, die geklatscht haben, in eine Partei eintreten, wäre ich ja auch immer, wäre ich schon sehr zufrieden. Denn es gibt natürlich so eine Antiparteien-Geschichte, die ist nicht gut. Und ich sage noch einen Grund, warum. Ich glaube, Herr Müller drängt es gerade zu einer Geschichte, was zu sagen. Ich glaube, dass wir einen Fehler machen, wenn wir nicht berücksichtigen, dass auch diese Oligarchien ja nicht autonom über wichtige Fragen entscheiden, die sie alle betreffen. Und das will ich mal praktische Beispiele nennen. Also wir kennen den Fall, dass Joschka Fischer und Gerhard Schröder noch nicht gewählt in die USA fuhren und dort gesagt bekommen haben von den Leuten von Clinton, ihr müsst bereit sein, wenn ihr denn hier in Deutschland gewählt werdet dann, auch vom Bundestag, müsst ihr bereit sein, im Kosovo militärisch aufzutreten. Und dann ist dieser Krieg gekommen. Das war ganz klar eine Verabredung, die dort getroffen worden ist. Das hat nicht die Oligarchie der SPD das bestimmt, sondern die Amerikaner haben deutlich gemacht, dass sie von dieser neuen Führung Deutschlands erwarten, dass die out of area, also außerhalb des NATO-Bereichs, militärisch tätig werden. Und das hat zum Beispiel mindestens ein Drittel der SPD-Mitglieder total aufgewühlt, dieser gesamte Vorgang. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, dass die SPD eine... Dazu der Butterwerkerin. Ja, ich will das gar nicht leugnen, was Albrecht Müller da anführt, dass natürlich solche Zwänge sehr stark sind. Ich sehe die übrigens noch mehr als bei jetzt den USA, beziehungsweise der NATO-Führung sehe ich die eigentlich noch mehr in unserem sozioökonomischen System. Dieser Finanzmarktkapitalismus wird ja sehr, sehr stark auch von Großinvestoren bestimmt, die auch Druck auf die Politik ausüben. Da kann man als Lobbyist auftreten, da kann man an die FDP spenden, oder das braucht man aber gar nicht. Sondern man kann auch in anderer Art und Weise natürlich die Politik, zum Beispiel durch drohenden Arbeitsplatzverlust, unter den entsprechenden Druck setzen. Nur, die Frage ist ja, ob die Politik dem nachgibt und ob das ein Gesetz ist. Das würde ich nämlich im Unterschied zu der Oligarchisierung oder der Tendenz oder der Gefahr, die Michels da genannt hat, würde ich das bestreiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Teil auch heute das Rückgrat nicht mehr da ist. Sich dem zu widersetzen, das ist auch ein entscheidender Punkt. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass es dort eine Veränderung gibt. Zurzeit sehe ich, damit es nicht immer bei der SPD ist, nehmen wir mal den Fall der CDU und die Finanzmarktpolitik. Wie kann man auf die Idee kommen, einen Berater von Goldman Sachs zum Vorsitzenden einer Kommission zu machen, die die Neuregelungen für die Finanzmärkte ausarbeiten soll. Frau Merkel hat den Herrn Issing, der von der EZB kam, dort Chefvolkswirt war und jetzt Berater von Goldman Sachs ist, hat sie zu diesem Vorsitzenden gemacht. Das kann man doch nicht machen, weil man dann ganz genau weiß, da wird nichts draus. Die arbeiten nämlich schon zwei Jahre und nichts ist geschehen an Neuregulierungen bei den Finanzmärkten. Es ist ganz im Gegenteil ein gravierender... Bleiben wir aber doch mal bei den Parteien, Herr Müller. Ist davon auszugehen, dass so etwas in den Parteien diskutiert wird, dass also auch der Hinterhinterhinterwängler mit seiner Meinung dazu zu Wort kommt? Oder ist da nicht von auszugehen? Wir sind an dem Punkt Demokratie in den Parteien. Ich weise hier nicht ab, sondern ich meine, wenn Sie nicht berücksichtigen, dass die Willensbildung in den Parteien heute im Wesentlichen von außen bestimmt wird, auch bei so einer entscheidenden Frage, dann werden Sie dem Problem der Parteien nicht nahe kommen. Wir müssen diese Fremdbestimmungen abschaffen. Die Mitglieder der Parteien müssen wieder nicht nur das Gefühl kriegen, sondern sie müssen wissen, dass sie zu entscheiden haben darüber, ob ein Stadtwerke privatisiert werden oder ob wir die Rentenversicherung weiterhin privatisieren. Das ist doch das Entscheidende, dass sie das wissen müssen. Und das setzt voraus, dass... Aber das sind doch erwachsene Männer und Frauen, die ihre Meinung haben. Kommen die dann mit ihrer Meinung nicht durch? Wird die gedeckelt? Mit dieser... Es gab unglaublich... Es gab sicher eine Mehrheit der SPD-Mitglieder, die gegen diesen Militäreinsatz war. Es gab eine Mehrheit der SPD-Mitglieder, die gegen die Privatisierung der Rentenversicherung war. Und sie sind damit natürlich nicht durchgedrungen, weil nämlich die Parteiführung unter dem Einfluss von außen über die Medien und die Medien insgesamt auch die innere Willensbildung einer Partei wesentlich bestimmen. Und das war ganz konkret bei der SPD, als die Agenda 2010 vorgelegt worden ist. Da gab es von der Linken einen Versuch, eine Mitgliederbefragung zu machen. Und ich habe denen damals ganz klar gesagt, wenn ihr das versuchen werdet, der Gerhard Schröder hat mit Hilfe der Medien immer die Chance, auch die innere Willensbildung unserer eigenen Partei zu bestimmen. Also, ich muss aber wirklich sagen, Herr Müller, ein bisschen scheint es mir so, als wenn Sie alles, was an Fehlern und Fehlerhaften passiert, immer aus dem Einfluss von außen darstellen. Sie haben vorhin schon gesagt, die Frage der Koalitionsfrage hier in Nordrhein-Westfalen, da würden die Medien ein Thema draus machen. Und weil die Medien so operieren, deswegen wäre die SPD und speziell Frau Kraft nicht in der Lage frei zu entscheiden. Also wenn es es nicht ist, dann wäre sie die falsche Kandidatin, um das mal klar zu sagen. Erster Punkt und zweiter Punkt, ich finde, Sie haben auch so eine Art Manipulationsthese, als wenn sozusagen alle sich da manipulieren lassen. Und da bin ich auch an der Meinung. Wo ich aber glaube, dass wir hier einen Konsens haben, ist, dass wir natürlich mehr Leute in den Parteien brauchen, die auch Mut vor Königsthronen haben, die auch mal sagen, Frau Vorsitzende oder Herr Vorsitzender oder wie immer man sich da anspricht, duzt oder sieht es, sagt, ich mache das nicht mit. Was passiert denn dann mit dem oder mit der? Ja gut, natürlich, wir haben Politik als Beruf. Das muss man natürlich sehen. Die Karriere kann schnell zu Ende sein. Deswegen bin ich ja sehr der Meinung, wir brauchen ja Politiker, die auch schon, wenn sie aufgestellt werden, als Politiker, als Mandatsträger, möglichst so auch beruflich gesettelt sind, beruflich abgesichert sind, auch so unabhängig sind, dass sie auch notfalls mal einen Karriereknick in Kauf nehmen können. Die meisten, je länger man doch im Parlament sitzt, umso weniger ist man bereit, dann wieder mal zum Beispiel Konrektor einer Schule zu werden, was man vielleicht viele Jahre ganz gut gemacht hat. Aber man will die Welt der Politik nicht mehr verlassen. Und das ist die Schwierigkeit. Christoph Butterwecker? Also ich finde, dass sich das gar nicht ausschließt, dass es auf der einen Seite einen zunehmenden Druck und Fremdbestimmung von außen gibt, sei das durch die Medien, die natürlich heute sehr viel mehr Einfluss ausüben auf die Politik, als das vor 30, 40 Jahren der Fall war, als es nur das erste und zweite Programm und vielleicht noch das dritte gab. Das ist ganz zweifelsfrei so. Auf der anderen Seite heißt das ja nicht, dass die Akteure der Politik nicht durchaus noch die Möglichkeit hätten, selbst in diesen Zwängen des Finanzmarktkapitalismus widerständiger zu sein, als sie das sind. Das würde übrigens, glaube ich, ihren Rückhalt bei der Bevölkerung sehr stärken. Und ich verstehe dann manchmal nicht, die Beispiele aus der SPD hat Herr Müller genannt, ich nenne mal aus der CDU ein Beispiel, wenn die nordrhein-westfälischen Landesparteitage vom Ministerpräsidenten so zelebriert werden, dass er da einzieht, Luftballons werden hochgelassen, es werden Cheerleaders mit Plakaten, die sie hochhalten, in die Halle gelassen. Es wird ein total amerikanisiertes Bild geschaffen, völlig entpolitisiert und völlig an den Inhalten und auch an den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vorbei. Warum sich dagegen nicht die Mitglieder, sei es der CDU oder sei es einer anderen Partei, bei der ist es besonders ausgeprägt, warum sie sich nicht dagegen wehren, dass sie nur zur Staffage werden, einer Show, die da abgezogen wird und damit natürlich auch das, was für mich jedenfalls Politik ausmacht. Für mich ist Demokratie mehr als alle vier oder alle fünf Jahre zu einer Wahlurne zu gehen. Bevor Professor Langguth was dazu sagt, war es... Für mich bedeutet Politik, dass alle Menschen und natürlich dann in einer Partei ganz besonders auch alle Mitglieder, dass die entscheiden können über die Zukunft des Landes und darüber, wohin die Reise geht. Und wenn das nicht der Fall ist, und dazu gehören auch bestimmte soziale Bedingungen, eine alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wie sie die Klassenfahrt ihres Kindes finanzieren kann, die kann auch nicht in der Demokratie wirklich Politik mitbestimmen. Aber in einer Partei, da muss das möglich sein und da müssen sich die Mitglieder auch dagegen wehren, dass sie funktionalisiert werden von den Führungen. Ja. Sie haben Amerikanisierung des Wahlkampfs bei der CDU im Besonderen angesprochen. Es war aber Hubertus Heil, glaube ich, von der SPD. Yes, we can, ne? Das war... Ja, ich habe ja auch gesagt, dass das alle Parteien mitmachen. Nur besonders deutlich, denke ich, wenn wir jetzt den gegenwärtigen Wahlkampf vor Augen haben, besonders ausgeprägt ist das bei der nordrhein-westfälischen CDU. Ist das so abstoßend, Herr Langguth, für viele, dass sie sich, oder ist das ein wichtiger Punkt, dass sie sich von den Parteien abwenden? Das ist, glaube ich, nicht der Grund, dieser Konfettiregen, der dann immer passiert bei den Parteitagen. Wenn man das schon als Amerikanisierung bezeichnet, hat man sicherlich recht, aber das hat schon begonnen. Ich meine die beiden Seiten. Wir haben ja vorher auch über die innerparteiliche Demokratie gesprochen, dass man also das Gefühl hat von außen, ich komme da mit meiner Meinung sowieso nicht nach vorne. Ja, natürlich ist es so. Manche werden Mitglied einer Partei. Und dann stellen sie fest, sie haben Erwartungshaltungen, die dann nicht erfüllt werden. Weil zum Beispiel eine Partei vor Ort sich nur um die Kommunalpolitik kümmert. Aber nicht die großen Fragen, die Afghanistan oder sonst was ähnliches. Dann kommen manche hin und sagen, jetzt werde ich Mitglied, jetzt kann ich was bewegen. Und das ist natürlich ein mühsames Geschäft, auch auf der kommunalen Ebene. Und wir brauchen nicht immer gleich an die Bundespolitik zu denken. Wir denken, wir sind hier in Köln, was kann jeder Bürger hier tun, um die Kommunalpolitik zu beeinflussen und es eben auch hier nicht einer Oligarchie zu überlassen. Und den kölschen Klüngel. Und den kölschen Klüngel natürlich. Ja, völlig recht. Der ist ja... So, und da ist die Frage, was getan werden kann, dass mehr unabhängige Leute in die Parteien gehen und unabhängig denken und sich auch notfalls dann zur Wehr setzen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich kann nur sagen, wenn die Parteien sich nicht öffnen, auch diesen kritischen Aspekten, die es ja immer wieder gibt, auch Bürgerversammlungen machen und nicht nur formal und nicht nur die Entscheidung schon alle vorexerziert haben, dann werden sie natürlich immer weniger in der Bevölkerung. Herr Müller, das, was die politischen Parteien tun sollen in unserem Staat, ist sogar im Grundgesetz festgelegt. Erstmalig übrigens die Rolle der Parteien da festgelegt, nach den Erfahrungen in der Weimarer Republik. Und aus dem Parteiengesetz will ich doch mal kurz den Paragraf 1 zitieren. Entschuldigung. Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie die politische Bildung anregen und vertiefen und die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern. Wo findet das statt? Sehen Sie, dass das stattfindet? Nein, das ist eben der eingravierende Unterschied. Ich will jetzt nicht nur schwärmen vor der Vergangenheit, aber es ist vielleicht einfach mal wichtig, um jetzt zu sehen, was man tun müsste, das wenigstens noch mal mit einzuführen. Also als ich, nicht nur meinetwegen, sondern viele andere in den 60er Jahren politisch aktiv geworden bin, da gab es viele andere, die an inhaltlichen Fragen interessiert waren. Wir waren gegen die Spekulation mit Grundstücken in Städten und deshalb haben wir uns um ein modernes Bodenrecht gekümmert. Andere waren für einen modernen Strafvollzug. Andere waren wie Peter Konradi, der spätere langjährige Abgeordnete, war für ein neues Städtebauförderungsgesetz. Und also alle hatten irgendwo inhaltliche Interessen und nicht nur Karriereinteressen. Und dann hat sich bei vielen das sehr gut verbunden, sie haben inhaltlich gearbeitet. Und das müsste man auf heute übertragen, man müsste auf einer Seite